Ich habe auch gerade noch was geskillt. Bis wir mit diesem Run durch sind, dürfte ich auch meinen zweiten Skill-Bomb voll haben. Ja, ich denke von mir wird es auch ähnlich sein, obwohl ich gerade Killskill voll 8 auf 5 Punkte habe. Du und Bulli-Monks hier hinten. Ja? Da ist keiner. Er hat doch keine da. Dann können wir hinten noch auf dem Weg zum Saufanjelf solche killen. Ja. Wie er gleich die Namen kennt, ey. Boah. Na Digga, was dich dazu? Saufanjelf. Ich würde es sogar mit F schreiben. Saufanjelf. Weil es lustig wäre. Saufanjelf. 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 Gott, Alter. Wortspiel, ne? Ja, so. Alter, was ist das? Es peilt aus. Meine Fresse. Ja, Leute, Zuschauer, ihr seht mit was für Gesocks ich zusammenzocke. Ernsthaft, womit habe ich Nico verdient. Sterben kann er nicht, ne? Aber hier, Bullshit labern, das kann er gut. Ja. Ja. So, mach erstmal bum 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 da drin, ey. Ist zwar keiner, aber passt. Ja, ich hab halt nur irgendwie die Hälfte getötet. Oh, Kiste. Willst du langsam mal verkaufen gehen? Äh, wo kann ich verkaufen gehen? Ich hab mal gesagt, ich hab da oben auf den Berg. Boah, ja. Gießen auf mich. Ein brutaler Marauder. Ja, Mann. Mach nen Strich dazu. Lass mir den doch, lass mir den doch, lass mir den doch. Das ist ein Longo. Warte mal. Das ist ein Scherz. Wollt die EXP. Oh fuck. Hier ist übrigens Bulli Monks. Halten wir uns in die Abmurks mit der Hand. Ja. Lassen wir den ein im Nack haben. Ich mach den zu viel Schaden. Ich mach den zu viel Schaden. Jetzt soll ich drauf schießen, du Affe. Ich versuch. Oh, Alter. Ja, das reicht. Komm auch auf mit der Hand. Ja, Mann. Das war knapp. Zwei. Du hast den geslackt, oder? Ja. Schwast. Ich versuch. Und warum? Und man kann damit perfekt Roboter drehen abwischen. Warum vergisst du nicht Thermalock und bring sie mir, wenn du alle zusammen hast? Verkringen wir sie? Du hast in Zufällig gehört das Clubtrap, die das Bullimon Fell abschwatzen will. Da er damit nur irgendwas unfassbar dämliches hat. Wirst du dich nach hinten, Nico? Ich geh verkaufen. Sorry. Möchte ich dir das Geschäft versüßen. Bring mir das Fell und du kriegst eine meiner besten Sniper Rifles. Wir geben's ihm. Ja. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann drück ich auf Reißen. Sag Gescheid, wenn du bereit bist. Sag Bescheid. Alles klar. Team Kugel Regeneration. Ich verkauf erst mal. Uh, erhält er. Ich hab grad ne Waffe gesehen, die hatte ich vorher nicht entdeckt und die zieht ganz schön. Wie viel zieht dein Sniper nochmal? Moment. Let me take a closer look. Äh, 2.306. Okay, ich hab ein 1.300 hat und willst du dann womöglich nicht? Eher nicht so, ne? Neue Stärke Gesundheit. Plus 87 Prozent. Ne. Explosions Schaden brauchen wir auch nicht. Psycho. Kommando. Micromancer. Oh Digga, hast du es heute mal bald? Ja, dauert noch einen kleinen Moment, ey. Sniper. Sniper, Alter. So eine Skin Anpassung, die ich einsetzen kann. Ah, neue Schrotze, Alter. Ziemlich nice. Ja, zu wenig Magazin. Ich hab auch 4 Muni pro Schuss. Weg mit der Kacke. Hast du wieviel Munition? 4? Weg mit der Kacke. Ja, du hast 5 Muni. Nur weil ich einen Muni-Boost drin hab, ne? Bin fertig. Auf geht's. Saufern Shelf Bay. Saufern Shelf, ja. Da kannst du auch verkaufen übrigens. Hammer. Hammer. Oh, warte. Kann ich Muni kaufen? Äh, nein. Doch. Börd. Ach, ich bin ein Kacke, oder? Na, das ist nicht ein vieles Geld. Warum hier wieder ein Fürb? Hier. Börd, Alter. Börd, Alter. Börd, richtig. Auf geht's. Warum es ist nicht nur halbes live? Sie haben ein Snapchat? Ja, ein Bulli morgen. Brauchen keine mehr. Natürlich brauchen wir welche. Ja, wir haben schon alle getötet. Ungetötet. hier sind doch auch ich bin tot ich krieg den 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 kommt näher oh wir brauchen noch zwei bully monks ja man dahinten schießt einer wirft dann auf dich ich krieg ihn ich krieg ihn bleib stehen ja hab sie alle ja 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 Ok, nehmen wir die nächste Quest an, äh dann machen wir die nächste Quest fertig. Ja, wollen wir nicht die noch fertig machen bei den beiden? Ja, dann müssen wir zurücklatschen wieder, hier ist die Quest die wir machen müssen. So geil, weißt du, du spielst mit Sniper und ich mit Schrotflinte, was kriegen wir natürlich Sniper und Schrotflinte? Ja, aber das letzte Mal haben wir die Schrotflinte genommen, die war scheiß. Ja, nehmen wir diesmal die Sniper. Machst du eh schon genug Damage, oder? Und da ist das Viech gelandet. Warum machen wir die eigentlich? Oh. Weiß nicht. Power. Du bist so ein Fuck, Mongo, ne? Komm zurück! Oh. Mal zwei Striche bei dir? Weißt du, nicht irgendwie heilen oder so, ne. Ah, da mal zwei Striche. Achso, du stirbst gerade. Du bist so ein Vollmongo, ne? Weißt du, Nico, Nico ist in Ohmacht gefallen. Ach, du stirbst gerade. Erstmal Strich machen. Ich heil mich jetzt erstmal dick. Mit dick heilst du dich? Meine Damen und Herren, Nico heilt sich. Mit dick. Hm. Hm. Der war jetzt nicht so gut, ne? Der hat nicht so geburnt. Der hat, der hat gar nicht geburnt. Komm. Komm. Oh. Oh, das war blöd. Die halten mehr aus, ne? Das war blöd. Oh, ich, ich feiere diese Raketenwerfer so megamäßig. Du hast halt auch keine Muni. Kommst du endlich? Auf dem Weg, Digga, chill mal. Senden's ein paar Granaten, Bunnies, pass auf. What the fuck? So einen Strich machen. Überlebst du? Ja, ja. Gepanzert abzwischen. Wo hat denn da einer geschossen? Was hast du? Da hinten schießen die Arschköpfe her. Ja, wo ist da hinten? Auf dem Boden. Go, go. Boah. Nee, ist mir zu kacke. Da hab ich keinen Bock mit zu gehen. Ey, du da! Ich kann sag mal rum, ne? Mach das. Was? Mir leckt's grad'n bisschen. Fuck, Granate! Auffallen, wir haben uns im Spiel noch nie wirklich geduckt. Ducken? Man kann sich ducken? Ja, auf C. Nee, funzt bei mir nicht. Hast wieder umgestellt. Ja, auf, auf, ähm. Auf was anderes halt. Auf, äh, was anderes halt. Ja, man. So beschreibt man Sachen. Digga, man darf machen so keinen Schaden. Ich feier die Mucke so megamäßig. Ah, welch verblüffende Symbiose. Zwei tödliche Kreaturen kooperieren, um in dieser rauen Welt zu überleben. Digga. Das ist lustig. Good life. Ich darf echt dich so vorrushen. Du? Hast du? Ja. Ja, soll ich dir mal helfen? Fast. Ich hab grad irgendwas draufgegangen bei RussianGayPorn.com. Das war jetzt unnötig. Ich hoffe, das hast du selber gemerkt. Was? Sind nur noch Gegner drauf? Ja, sind welche. Digga, ist das voll weggeflogen? Gern geschehen. Du bist ein Arschkopf, ne? Ja, weißt du, was geil ist? Was? Ich komm nicht zu dir. Ich kann nicht. Ich müsste einmal obendrum dauern. Ich leb wieder. Hm. Ja, mach die mal fertig, ey. Oh, da kommen ein paar. Ich bin... wieder tot. Komm mal an, ne? Was kannst du reloaden? Ich hab's gleich wieder. Ich bin auf dem Weg. Lass ihn stehen, lass ihn stehen, lass ihn stehen. Ich bin nur auf dem Weg. Ich kill noch keinen. Ich will mitmachen. Ich fühl mich hier vernachlässigt. Ah, geht doch. Super Badass Marauder. Achso, der ballert da rein. Ja, der hat auch Arsch viel Leben, muss ich sagen. Ist du tot? Alter, der hält richtig aus. Der hält echt ziemlich gut aus. Kill den nicht. Ich mach den schon. Oder was heißt, ich versuch's auch. Kann man dir helfen? Oh, der Super Badass Marauder ist tot. Kann man dir ins Wasser laufen? Nein, kann man nicht. Ja, die stehen aber im Wasser. Ja, man kann einen auch, wenn man stirbt dabei. Oh. Wie viel Leben der hat. Ey, das geht gar nicht klar. Wie viele Leute da stehen auf einmal nur. Ja, ich sag mal kurz die Waffen an unserem Zeug. Ist voll gemütlich das Wasser, muss ich echt zugeben. Gar nicht weh. Ist echt im Wasser. Ich sag mal, wir killen mal den Boss jetzt da hinten. Wolle kurz die Waffen looten. Kannst du davon? Ich brauch's killen. Ne, ich wollte jetzt eigentlich hier so, weißt du, Tee trinken oder sowas. Ja, Tee trinken, ein Keulen. Ja, ein Keulen mehr. Ja, lass mich vor. Ah, ich wollte ein bisschen Snipern, ne? Ich auch. Alter. Äh, hält so viel aus, ey. Das ist mein Krimz, sieht bei dem fast nichts. Ich steh hinter dem und baller dem die, 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 die Muni rein. Also, du pumpst ihm grad die Muni in den Arsch. Ja, aber richtig. Klappt's bei dir? Kriegst du's hin? Ich krieg's hin. Der Badass Marauder ist tot. Fett. Ich steh hier oben. Da hinten kommt noch was. Er ist tot. Das ist ja immer so krass. Ja gut, das ist aber auch hardcore, ne? Ja, ne? Viel Spaß bei Wilhelm. Ja, freu ich mich. Du bist ja eben nochmal down gegangen, ne? Ne, ach echt? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Das ist zu Inflation. Äh, 14 Mal. 14 Mal? Wollder, wie lang zocken wir denn? Halbe Stunde? Noch nicht mal, 20 Minuten. Oh. Oh, Redium. Oh. Ja, jetzt sagst du, ich halte immer noch den Sterberekord. Ich bin stolz drauf. Aber wir müssen da hoch gehen, oder? Ja, du bist halt ein Bluter, ne? Ach ne, da hinten. Ich bin ein guter Bluter. Ich würde sagen, du gehst runter, ich geh hoch. Shotgun-Zwerg. Oh fuck, ich hab ihn getriggert. Ich bin hier, ne? Ja, ich bin da oben. Er ist auch oben. Okay. Er ist unten. Fun. Ich seh den nicht. Muss ich ehrlich sagen. Na dann. Ich muss ein Stück weiter nach vorne laufen. Ah, ich muss ihn jetzt sehen. Ach, sagst du? Ja, ich war auch grad neben ihm. Nur jetzt seh ich ihn grad nicht mehr. 15. Alter. Äh, kannst du mich wiederholen? Ich geh da oben aufm Haus drauf. Ja, ich seh's. Alter, der macht richtig Damage. Alter, du ziehst dem halt Null. Die dem gut eigentlich. 13k. Ja.